Herzlich Willkommen zu täglichen Dosis Trash. Holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder Trashig. Heute geht es nochmal um Gigi, der ärgert Valentina zurück und das durchaus wieder humorvoll und zeigt Valentina so ein bisschen auch den Spiegel vor und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten und ihr könnt gerne mal unten reinschreiben, wie habt ihr denn das jetzt generell als Fazit gesehen? Ja, also ich glaube wir brauchen nicht drüber sprechen, dass er zu weit gegangen ist, dass er leider Gottes die Hand erhoben hat, auch die Schubserei, Stirn an Stirn stehen, war nicht cool, dennoch muss man natürlich auch die psychische Ebene, die eine Valentina mit reingebracht hat, hier auch nochmal erwähnen und die darf nicht zu kurz kommen und dass das auch alles so ein bisschen perfide von ihr geplant war, Ja, wohl sieht man ja auch anhand dieses Videos hier von Gigi. Ich muss allerdings dort eine ganz kleine Passage aufgrund der Musik wahrscheinlich muten, also wundert euch nicht, da ist eigentlich sonst noch ein bisschen Musik unterlegt, aber das zerstört sonst das Video auch nicht, wenn ich das jetzt einfach nur weglasse, sonst habe ich hier gleich wieder ein Claim oder das Video kann nicht hochgeladen werden, nur dass ihr das versteht. Aber ich zeige euch jetzt gleich mal den Ausschnitt, also diesen kleinen Seitenhieb von Gigi, bevor wir auch zum nächsten Statement von Gigi kommen, denn er hat nochmal ein kleines Statement rausgehauen und das wollte ich euch nicht vorenthalten, aber seht erstmal selbst. Also man muss ja den GG lassen, der weiß schon, wie er die Gags verpackt, der haut da regelmäßig so einen kleinen Blockbuster raus, Also er macht dann doch relativ wenig zu den ganzen Themen, also ihr könnt ja durchaus auch mal so ein richtiges Statement, ja man wartet drauf, haut ein Statement raus, sagt nochmal so richtig deine Meinung, aber man merkt dann schon, dass er dann diese kleinen Blockbuster mal raushaut und die durchaus lustig sind. Auch seine Werbung, die er dann so mal macht zwischen den Storys ist auch wesentlich lustiger gestaltet, als jetzt die Dinge, die ja sonst so stattfinden bei anderen Influencern. Das muss man mal loben und anerkennen, ja er gibt sich dann schon laut Mühe, auch ein bisschen Humor reinzubringen. Und von daher, er ist mir halt sympathisch, auch das Dschungelcamp und ich finde, er ist halt so ein Halotri, der glaube ich wirklich auch das Herz am rechten Fleck hat, aber hier und da, ja so ein bisschen gezähmt werden muss mit seinem Temperament. Und wie gesagt, die Tat gegenüber Can und gegenüber Valentina dann aus Versehen, wo er sie mit erwischt hat, ist nicht schön zu reden, da brauchen wir nicht drüber reden. Dennoch muss man aussagen, dass das natürlich nach wie vor ein großes Problem dort auch war, wie eine Valentina sich verhalten hat während der ganzen Staffel. Weil Gigi war ja am Ende nicht so lange da. Und mal sehen, wie es weitergeht. Jetzt auch der Boxkampf zwischen Can und Gigi könnte durchaus spannend werden, da könnt ihr gerne mal reinschreiben, interessiert euch das? Soll ich das auch noch für euch berichterstatten und zusammenfassen? Ich kann es leider euch hier nicht zeigen, weil das ist Bild-Plus-Material, aber vielleicht kann ich mit der Bild irgendwie was ausmachen, dass man da vielleicht zumindest drauf reagieren kann. Oder keine Ahnung, was es für Möglichkeiten gibt für YouTuber. Werde ich auf jeden Fall nochmal die Bild kontaktieren, wenn ihr mögt. Könnt ihr unten mal ein Bild reinschreiben, wenn euch das interessiert. Ansonsten kommen wir jetzt zum Statement von Gigi. Finde ich auch nochmal ganz spannend. Und das hat es auch in sich, auch wenn es natürlich noch relativ kurz ist und ich natürlich ein bisschen mehr erwartet habe, aber es ist trotzdem nochmal ganz lustig geworden. Machen wir kurz das Thema fertig, weil Gigi tu dich mal da aus und Gigi tu dich mal da aus und Gigi mach mal da ein Statement. Ich bin nicht derart von Influencer, der jetzt eine Sache, was passiert ist, jetzt fünf Wochen jeden Tag thematisiert, damit schön, 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 schön viele Follower und so, schön, 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 ganz viel Aufmerksamkeit bekomme. Das bin ich nicht. Ich habe alle gesehen. Ihr habt alle Augen, ihr habt gesehen, was passiert ist. Jeder macht seine eigene Meinung. Fertig auf. Fertig. Ich habe als erstes Dinge Hand erhoben, deswegen, in dem Fall bin ich im Unrecht. Fertig auf. Thema Bandit. Thema Bandit. Das Statement, hier Statement, da Statement. Soll ich Diktat schreiben, soll ich Gedicht machen? Und noch was, weil ich sehe, der Pastor ist, Gigi macht Mobbing über mich, er bezeichnet mich als Hund. Ich sage nicht zu dir Hund als Beleidigung, sodass du aussiehst wie ein Hund oder, das ist für mich keine Beleidigung. Ich will dich nicht damit beleidigen, sondern es ist eine Tatsache. Es ist eine Tatsache. Ich muss dich nicht als Hund nennen. Ich kann dich auch Vagina nennen, weil dein Körper aus Vaginas besteht. Das ist keine Beleidigung für mich, Hund oder so. Ich will dich nicht beleidigen. Das ist eine Tatsache. Fazit des Ganzen, was soll er jetzt auch noch zehnmal sagen, dass er da zu weit gegangen ist? Er hat ja sich direkt auch beim Sommerhaus entschuldigt. Wer sich darüber auch nochmal informieren will, kann auf dem Da Vinci Uncut-Kanal vorbeischauen. Da habe ich eine Reaction zur sechsten Folge, wo es explizit nur über den Streit geht, schon zusammengefasst. Und das könnte euch durchaus interessieren. Da zeige ich euch längere Passagen, was da alles so vorgefallen ist und wie er sich auch entschuldigt hat. Und auch bei Can entschuldigt hat und auch bei Valentina und auch generell bei RTL und all den Leuten dort. Von daher, was soll er jetzt noch sagen? Er hat es ja dort auch nochmal gesagt, dass es falsch von ihm war und mehr kann man dann auch nicht machen. Dennoch muss man natürlich auch das große Ganze sehen. Der Valentina ist kein Unschuld-Slamm und auch die psychische Gewalt schreibt ihr auch in den Kommentaren immer richtig. Darf man nicht außer Acht lassen und darüber muss man halt aussprechen. Es kann ja nicht sein, dass die eine Seite einen psychisch so fertig machen kann und derjenige, der in die Ecke gedrängt wird, weiß sich gar nicht mehr anders zu wehren. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich dann immer so Videos im Internet sehe, wo sich dann irgendwelche Mobbing-Opfer wehren und dann dem Bulli eine reinknallen, dann freue ich mich immer irgendwie für das Mobbing-Opfer und sage, ey, das ist echt gut, dass der sich gewährt hat. Weil manchmal geht es dann auch nicht anders. Das ist leider Gottes so in unserer Welt, dass man mit normalen Worten und bitte lass mich in Ruhe und bitte hör auf und wie auch immer manchmal nicht mehr weiterkommt. Und dann hilft leider nur noch das Wehren. Das ist leider Gottes so. Ob das jetzt in dem Moment nötig war, weiß ich nicht. Aber nun gut, dass ein Can auch nicht mit Gigi mal alleine sprechen konnte, ich glaube, das hätte ja auch schon ausgereicht, um das jetzt nicht komplett zu eskalieren zu lassen. Aber vielleicht wäre es auch schon früher eskaliert, weil beide sich natürlich nicht die Butter vom Brot leben lassen und beide so auf 180 waren. Jetzt kommt der Boxkampf, eine bessere Promo, hätte man sich nicht überlegen können. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Sollte es jetzt irgendwie so hinter Gedanken gehabt haben, die ganze Geschichte, dann wäre das natürlich auch eine Nummer. Könnt ihr natürlich auch gerne unten reinschreiben. Da gibt es auch verschiedene Meinungen zu, die ich auch hier nochmal zum Video machen werde. Also wenn euch das interessiert, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Da hat nämlich Danny Littke, ja auch aus dem Trash-TV bekannt, auch einiges zu sagen. Und ich denke, das wäre noch mal ganz spannend, denn der steht eher auf der Seite von Valentina. Und vielleicht interessiert euch das Ganze, ja. Also von daher schaut gerne auch in den Gag von Gigi gegenüber Valentina mit dem Esel rein, weil ihr das noch gar nicht mitbekommen habt. Verlinke ich euch hier auf der Endcard und ansonsten lasst ein kostenloses Abo da. Schickt mir auch gerne bei Instagram Nachrichten, wenn euch da noch mehr zu einfällt, was ich hier noch machen könnte an Videos. Und dann sehen wir uns auch bald wieder, wenn ich mit bin, vor der Kamera. Bis dann und tschau.